Meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Ackendor Version 2.2 zusammen mit der Tito de Freezy. Hallo. Hallo. Hi. Genau mit dem da hinten warst du unterwegs, mit dem Drescher. Mit dem Drescher warst du unterwegs? Ja, ich glaube. Mit dem Häcksler. Nee, ich glaube du war... Häcksler ist irgendjemand anders gefahren. Warst du mit dem Häcksler unterwegs? Ich weiß es auch nicht mehr. Egal, dann nimm den Drescher, ich bin jetzt gestiegen. Mit dem Drescher. So, Freunde. Ja, wir sind ja immer noch beim Umzug auf den neuen Hof, den wir uns gegönnt haben. Und ich bin als Atman angemeldet. So. Ups. Und es ist einiges passiert, denn es ist eine lange Zeit vergangen. Das muss man dazu sagen. Es war jetzt zwischen der letzten Aufnahme und dieser, liegt die Gamescom und eine Woche Urlaub meinerseits. Also zwei Wochen, also fast zwei Wochen liegen jetzt zwischen den Aufnahmen. Deswegen seht ihr uns ein bisschen nach über das, was wir jetzt die letzten Tage vielleicht gesprochen haben. Das ist ein totaler alter Bullshit. Und jetzt sind wir wieder aktuell. Also es ist jetzt Samstagabend, 17.30 Uhr, wo wir aufnehmen. Und Montag kommt diese Folge quasi. Und wir sehen jetzt wieder etwas mehr up-to-date. Aber, Gott sei Dank ist diese ganze Vorproduziererei vorbei. Und ja, man ist wieder aktuell, oder? Weil es war immer anstrengend, fand ich. Also sehr anstrengend. Ja. Was man auch gemerkt hat an den ein oder anderen Part. Weil ich die Folge mit Randy. Oh Mann. Habe ich da viele Kommentare hier aufgeben. Ich auch. Was ist denn mit dem los? Was braucht der denn? Der soll mir den Scheiß auch mal geben. Die Drogen will ich auch. Ja, Randy. Was sagst du dazu? Ich glaube, Randy weiß das gar nicht mehr. Doch, 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 doch. Aber ich fand meine Kommentare bei mir, da ging es ja eigentlich größtenteils... Ging es denn Griechen? Irgendwie ging es da drum. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kommentare waren sehr schmackhaft. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Die waren wirklich sehr, sehr, sehr interessant und sehr ausführlich. Das war eigentlich das, was ich mir eigentlich noch davon erhofft hatte. Ja, sagt ja niemand, dass es ähm... Es war halt nur etwas zu lang, ja, das gebe ich zu. Das über zwei Folgen, das hätte man kompakter ausdehnen können. Äh, ich hab mal ne blöde Frage. Joa? Bei mir ist hier gerade das Kaufen-Symbol. Ähm... Ja, in der Tat. Was? Äh. Das Problem ist, ich kann es auch nicht kaufen. Äh. 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 Ich hab hier dran rumgewurschtelt. Am Safe-Game hab ich gar nichts dran rumgewurschtelt. Äh. Bla, 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 Dokumente. Ups. Ja, aber ich glaube... Wir hatten aber auch schon übers viel... Gekauft, ja, ja, ja. Da sind ja auch Sachen hier unten. Pfff. Ding gestellt. Aber ich kann... Die Sehmaschinen und sowas. Den wie du doch? Aber warum kann ich es nicht kaufen? Ich versteh's grad nicht. Moment! Ja, weil es ja eigentlich uns gehört. Ja, 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 ja. Ähm. Moment, ich muss mal kurz hier... Gucken wir mal kurz auf diesen Techniken-Schnick-Schnack-Server hier. Ähm. Ähm. Äh. Drei. Many animals. Drei. 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 Aber sehr verdächtig. Ich spür... Das Problem ist, es scheint nur die Zufahrt zu sein. Okay. Bei der Rest... Die Hallen hier, die... Irgendwas stimmt hier nicht. Joa, hier stehen unsere Geräte, lol. Hahaha. Oh. Okay. Im Boden gebackt, weil ja keine Straße da und so. Ah, hier steht ein Baum im Hänger. Auch in Lausanne. Hahaha. Wow. Nice. Also, es liegt schon mal nicht daran, dass wir nicht gespeichert haben. Nö. Äh. Äh. Okay. Crazy shit. Wir speichern ja auch immer, wenn wir runtergehen, oder? Es ist äh... Ein Baum ist durch unsere Seemaschine gewachsen. Hahaha. Ja, weil wir 14 Tage nicht da waren, ist ein kompletter Baum durch die Seemaschine gewachsen. Nein. Um die Seemaschine rumgewachsen. Oh man. Das wird echt... Wie sie... Kriegst du Holzpfeile? Hahaha. Hahaha. Das wieder freilegen. Äh. Das ist natürlich etwas blöd, ne? Ja, so sieht man es da auch. Das ist schön. Mhhh. Äh. Was ist das Problem? Ne, die Zufahrt ist gekauft. Einfach aber das, was eigentlich verschwindet ist da. Ja, es ist alles gekauft, aber es ist hier irgendwie ein Anzeige-Bug oder irgendwas. Ja. 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 Das ist alles gefreut. Und du? Bei Mini-Animal... Wie hieß denn dieser komische Mod? Objective? Was macht der denn? Äh... Ne. Ich suche ja den Mod, der hat für dieses Kaufen, dieses... Objektkaufen zuständigen. Beispiel Objects. Das Lustige ist... Guck mal. Oh. Kannst du durch die Bäume fahren? Jo. Jo. Was zum Quatsch? Okay, ich glaube der Taun hier existiert auch nicht. Oh tut er doch. Okay... Das ist ein bisschen strange, wie ich finde. auch nun das ganze gras hier ausschaufeln keine ahnung wo denn man hat es überhaupt zu tun wo denn man den bagger ja da war die erste folge ja schon wieder atemberaubend aber ich kann also fängt mit dem endeffekt an ja das ist ein z z z mütter naja wir können ja was sinnvolles tun wenn er da die fäder 36 an wirste da wenn ich immer schaut was auch immer er schaut das paket durch das sind gefunden das orientiert mich gerade aber das kann ja eigentlich ganz nicht sein es gibt immer noch bei den jenemals geworzelt ja ja das ist ja im endeffekt nur dafür da um many animals zu kaufen richtig richtig aber wir haben aber ein probleme können ich nicht abtanken ich brauche nicht abgetankt werden ich mache das hier einfach zack ja dann für die hosen taschen alles klar kannst du ja die hosen deine schlüpfer kannst du mal zum rohr klemmen außen so kommen jetzt klappt die hacke aus so aufgeht na 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 nach προöntung das willst du denn ein häcks mal denn häckse gerade und davon werden es auch von letztem du gemacht Halt die Fresse! War das so? Weiß ich nicht. Problem nur, bis dahin bin ich halt nicht gefahren. Die Norkel hat mir halt den Kopf zerbrochen. Hier, das ist ja schön. So, jetzt gehen wir mal hier und hier und hier. Ist drin. Gehen wir mal hier. Könnt sie dich nicht nach der Aufnahme darum kümmern? Sonst sehen deine Zuschauer ja nur ein Standbild. Geht ja gerade hier drum. Nee, warum? Ist hier nicht. Verstehe ich nicht. Also Dings ist er, aber fehlt auf dem Server. Auf dem Server ist er nicht? Auf dem Server ist er nicht, deswegen gehts nicht mehr. Na, siehst du? Ja, machen wir dann den nächsten Fall. So. Na ja, auf jeden Fall, es gibt sehr viel zu berichten. Zum Beispiel unser Hof ist weg. Zum Beispiel. Also irgendjemand hat uns hier gedreut und hat hier aufgeschüttet. Ja. Hat ja zwei Wochen Zeit gehabt. Ähm, ja. Das erste Mal, wo wir jetzt erzählen können über die Gamescom als Beispiel. Beziehungsweise halt über... Ich über den Urlaub oder, oder, oder. Ihr seht vielleicht schon, ich süffe hier die ganze Zeit so ein herrlich rotes Getränk. Da steht Karls Erdbeerbrause drauf. Ich war aus Karls Erdbeermarkt. Hm. Und ich muss sagen, Alter, also hier oben, wo wir im Urlaub waren, ne? In Rostock. Ich muss sagen, äh, Alter, Schwede, das ist total krank. Wieso? Total krank. Ne, das ist, also das ist... Das hat ja nichts mehr mit einem Einkaufs... Dings irgendwie zu tun, mit Einkaufsladen oder so. Das ist ja... Da gehen ja jeden Tag Tausende hin. Okay. Das ist unnormal. Also das ist echt krass. Ja. Da gibt's sehr viel Momelade. Na, da gibt's alles. Alles! Es gibt ja doch nichts, was es nicht gibt. Das ist zu krass. Also es ist einfach zu krass. Ja, und, äh, da haben wir eben gewesen, haben wir den ganzen Tag verbracht übrigens, weil dann, äh, ist ja gleich noch so ein, so ein, äh, Spielland hintendran. Da kannst du so für die Kinder und alles mit Traktor fahren und so ein Zeug und ach, was weiß ich nicht alles. Übel, übel, sprach das übel. Also, Wahnsinn. War gut, ja. Naja, was man da alles machen kann, ne. Aber, äh, ja, das Problem ist, wir haben jetzt ja nur noch ein paar Minuten. Erzählt ihr mir noch was Schönes. Was, was war denn los, wo ich nicht da war? Habt ihr hier irgendwas gemacht oder habt ihr auch noch rumgegammelt? Ach, Randy ist so ein, so ein, ich weiß auch nicht, soziales Experiment. Du kamst zweimal angeschissen. Ja. Du wolltest die übelsten Business-Kontakte haben und hast dich wieder verpisst, ansonsten hast du dich die Woche nicht eher kalt. Alter, ich wollte ganz gerne bei dir bleiben. Da hast du gesagt, ja gut, aber wir sind dann jetzt fertig, ne. Ich bin jetzt nochmal weg. Du hast mich die ganze Zeit abgewimmelt, du Hammel. Ja, ja. Ja, genau. Was für ein Business-Kontakte? Das würde mich einfach analysieren. Das dürfen wir nicht erzählen, das ist, äh, nur was für Anzug-Freezy. Ja, ja. Typisch Freezy war das. Gott, kriegst du 90 für 90 Spiele-Key oder was? Zu verlosen? Zu verlosen. Was? Was denn? Ich hatte nur angefragt, für Buschbau-Media und sowas. Ja, da gab es die Möglichkeit, GLS vier Wochen vor Release zu kriegen. Vier Wochen vor Release? GLS 13? Ja, ja. Ja, ja, ja. Hab schon angeboten, hab schon auch massenhaft im Schrank. Hab ich nix von dir angesprochen. Ja, aber... Na da. Und dir haben gesagt, little motherfucker, please go away. Genau, so ungefähr. Okay, krass. Bist du klein quasi oder wie du bist? Oder Buschbau-Media als Beispiel. Er sagte, dir fehlen noch 2000 Jungen. Wir haben hier leider ein striktes Ding, aber danach... Können wir dich mit aufnehmen? Ja, hat er gesagt. Reden wir doch mal. Dann wirst du aber erst mal nur reingeschrieben in die Liste, ne? Das weißt du. Das ist ja unterteilt. Wichtige Leute, die sofort bekommen. Dann... Also... Naja... Normale Leute, falls wir was übrig haben. Und... Erst mal reingeschriebene Leute. Du stehst ja dann in der Kategorie 3. Ach so, und wo stehst du? Ach, du stehst gar nicht drauf, ne? Ich bin gar nicht drin in der Liste, ne, ne. Ich hab gleich so gesagt, ich will nicht auf irgendeiner Liste stehen mit anderen. Ich will da hier... Weißt du? Nein, Quatsch, aber ähm... Ja. Naja... 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 Frauenwelt komplett falsch. Hat mir mal eine erklärt. Ja. Und ähm... Nein, auf die Größe kommt es nicht an. Also... Frauen haben ja eher... Die wollen eher nicht so solche riesen... Ne? Weißt du Bescheid. Das hat sie auch nur zu dir gesagt, weil sie dich liebt. Also, Randy... Auch du hast Chancen. Ach der mit dem Glänzen. Oh. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt schon. Meine Freunde, wir sind erst mal fertig. Das stimmt schon. Was? Wir haben noch 30 Sekunden. Oh, wow. Äh... Ja... Und dann nächste Folge hören wir schon mal 10 auf. Die Freunde, die so unsere liebliche Stimme gibt zu hören und die Gesichter zu sehen und dann denken die sich jetzt, oh, gerade angefangen und jetzt wird es wieder spannend das Thema und dann macht der Renni wieder einen Cut. Oh, Mann. Ja gut, wir sind fertig, Renni. Ja, stell dir vor, Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, dann dementsprechend auch hier mit Hof. Mit Neumhof. Tschüss. Tschüss. Tschüss.